So, wir machen Prozentrechnung und versuchen unsere Formel anzuwenden. Ein Beispiel. Oma Hertha bekommt 15% Rabatt auf ihren neuen Wäschetrockner. Das sind 49,20 Euro. Wie teuer ist der gesamte Trockner? Die Frage ist ja immer dieselbe. Was ist gesucht? Wie teuer ist der gesamte Trockner? Das ist schon ein Hinweis darauf, dass wir nach dem Ganzen suchen. Also G Grundwert. Der Grundwert ist gesucht, der Gesamtpreis. Wir wissen den Prozentsatz. Das ist immer die Zahl mit dem Prozent dabei. Und wir wissen diesmal den Prozentwert, 49,20 Euro, nämlich den Rabatt. Die Formel, die wir kennen, heißt W. Also Prozentwert ist gleich Grundwert mal Prozentsatz geteilt durch 100. Wir können also den Prozentwert ausrechnen. Das nützt uns aber so nichts. Wir müssen ja den Grundwert ausrechnen. Deswegen muss ich die Formel so umstellen, dass G hier alleine stehen bleibt, während die anderen Zeichen, das P und die 100, von hier verschwinden. Ich weiß, dass ich das mit der Kreuzregel machen darf. Alles, was unten auf einer Seite unter dem Bruchstrich steht, muss auf die andere Seite nach oben. Alles, was oben steht, muss auf die andere Seite nach unten. So, damit habe ich es geschafft, den Grundwert alleine zu stellen. Jetzt brauche ich also nur noch die Zahlen einsetzen. 100 mal die 49,20 geteilt durch 15. ist 328,00 Euro. Das wäre also der Gesamtpreis für den Trockner. Der gesamte Trockner würde also 328,00 Euro kosten. Aber die Oma darf ja noch 49,20 Euro abziehen.